Liebe Leute, es ist soweit, ich darf aufs Eis und zwar mit keinen geringeren als Aljona Savchenko und Bruno Masso. Hi ihr zwei, ich komme mal zu euch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ihr seid so freundlich, ihr gebt mir eine kleine Stunde heute. Ihr zeigt mir ein bisschen, wie das so funktioniert auf dem Eis, wie ich auch so toll fliegen kann wie ihr. Ja, sehr gerne. Ob das wohl schnell geht, dass ich auch so gut Eis laufen kann? Naja, vielleicht nicht bei der ersten Stunde, aber wir versuchen. Und diese Handschuhe, die ich von dir bekommen habe, die helfen auf jeden Fall mit, glaube ich. Jetzt sind wir mal ehrlich, so schnell wie ich gerade eben war, ich noch nie auf dem Eis, werde ich wahrscheinlich auch nie wieder sein. Und ist, glaube ich, auch kaum ein Mensch vor mir je zuvor gewesen.